Denn wir jeden Menschen, ausgenommen und selbst, für einen Brandstifter halten. Wie soll es da jemals besser werden? Nicht immer nur das Böse sehen. Herrgott, noch mal, nicht jeder Mensch ist ein Brandstifter. Finde ich. Rettung, ihr Ringen, dem brennenden Haus, so lasst vor allen Dingen das Wasser ja nicht aus.